joo servus leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft story mode zu episode 5 die letzte episode von microsoft und wir sind hier gerade dabei eine schöne leider zu wollen nämlich unsere freunde wieder retten wir die letzten folgen die ich sehen aber die letzten episoden solltest du unbedingt nachschauen und ja gucken wir mal was die ewige quelle finden so okay my friend this should take us right into the throne room once inside we will just need to find the secret entrance that the founder supposedly uses isn't it exciting on our way to changing everything hey would you keep it down milo we're sneaking it remember sneaking right right my apologies the throne of the founder Dann, was hat sie gesagt? Garten! Alle, schau! Nein! Okay. Wir haben eine eigene Wohnung drin. Ja, ich weiß. Ich weiß. Warum sagst du Dinge zu mir, die ich bereits... Woah! Jesse! Jesse! Petra! Ich bin froh, dass ich dich hier sehen kann. Ich bin gleich wieder auf dich. Ich bin froh, dass ihr beide okay seid. Was ist mit dir passiert? Wir waren im Dungeon, aber wir sind weg. Es ist gut, dass ihr hier seid. Aiden geht nach Eversource. Obviamente, wir können es nicht abhängen! Wir sind hier, um es zu sehen! Fantastisch! Das ist auch das, was wir machen. Wer ist, äh... Wer ist dieser Mann? Ich meine, ich glaube, er ist cool, richtig? Oh, genau. Milo, Lukas. Lukas? Milo. Milo, Ivor. Ivor, Milo. Er ist ein neues Freund. Ich bin Chong. Ja, ja. Der Geheimnis ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist in hier, wir finden es. Hm. Wir finden einen von diesen Schmerzen. Wir werden die Schmerzen öffnen. Und einen Schmerzen öffnen. Und einen Schmerzen öffnen! Schmerzen öffnen. So. 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 Wer Sauron noch nicht kennt. Let'sche Fragen einfach angucken. Bzw. Let'sche Episode. Oh. Hm. Ich muss entschuldigung was machen. Vielleicht müssen wir daheim, aber... Wir brauchen einen. Oh. Jetzt sag ich mir, können wir mal einen machen. Schmerzen öffnen. Oh. Ähm. Und... Wie folgt es... Warte. Äh. Äh. Poor dead bush. Barely more than a bundle of sticks. Can you believe it we got in? Yes. I'm very grateful to you for all of your help. Give yourself some credit Milo. You've done build club proud. So. Wir reden erstmal noch um die anderen bevor wir jetzt diesen Lever machen. So. Petra reden. Die passt wahrscheinlich auf, dass keiner kommt. Seht ihr jemanden? Not yet, but... The acoustics are funky in this place. So it's hard to tell when people are coming. We shouldn't hang around. Got it. So. How was prison life? Oh. It was wonderful. I've always wanted time behind bars to work on my poetry. That was sarcasm. In case you were curious. Haha. So. Ich kam jetzt gut. Definitely regal. Not bad. Hinsetzen. Jesse. What are you doing? Haha. Sorry. Haha. Muss es sein. So. Pyriger haben wir gerade auch schon angeguckt. Jetzt schnappt man es hier aus so einem Baum. Stück. Hm. Ich habe das Gefühl, dass es ein spezielles Baum ist. Ja. Der Grund, auf der du stehen bist, ist eigentlich die originelle Isle, die aus der Skye-City begonnen hat. Das Baum hat die Saplinen, die in jedem Baum auf der Isle verbringten. Ich kann nicht mit den Methoden der Founders-Methoden, aber ich muss auch sagen, das ist ein beeindruckendes Feind. Na, das ist ziemlich speziell. Ich weiß nicht, was heute mit dem los ist. Ich mache hier gerade schon wieder eine längere Ausnahmesession und ich habe keine Ahnung, warum der die ganze Zeit fällt. So wie, warum kann ich das nicht wegnehmen? Hm. Mal ein bisschen rumgucken. Da können wir auch nichts mehr machen. Kurzer Cut. Jo. Ich hoffe, mir wird irgendwann nicht... ... Das muss es einfach sein. Das lässt sich nicht mehr drin. Ja, wir kommen zurück. Wir sind immer dabei, ein Stückchen zu finden. Und ich hoffe, mein Hund hält endlich mal die Klappe, was ich hier aufnehmen kann. Wo kriegen wir jetzt einen verdammten Stick her? Ich hatte eine Leber, das wäre der perfekte Platz für ihn. Ich wusste doch, dass es ja schon hinkommt. Man, 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 man. Das wäre irgendwas hier am Tisch. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Hallo. Ich brauche ein Stückchen, Stückchen. Das muss sein, wo die Führer kraften, für die Menschen. Das gibt's doch nicht! Ich... Ich mach' groß wird und Cut. Ich hoffe, das war jetzt die letzte Unterbrechung in der Folge. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an... Schlagen... Hoffentlich wird niemand einen roten Busch missen. Perfekt. Ich denke, das sollte jeden Tag sein, dass die Leber herkommt. Ja. Hey, wir machen das. Ah, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal so hin. Ah, mein altes Freund, der Leber. Fantastisch! Ich wusste nicht, dass du siehst. Meine Entschuldigung. Es ist immer nur so eine Freude, zu sehen, jemanden so sicher und sicher in ihren Bildungsmöglichkeiten zu sehen. Ja. Hauen wir da ein Level hin? Na. Na. Sagen. Okay. Hm. Hm. What the? Huh. Hey, the sign says sheep, not eggs. Might as well throw it and give it a shot? A sheep? Is that a monster? That's not so bad. It is fluffy. The eggs all have creatures inside them. And they're all different colors. They must be, you know, color coded, what's in them. So, she can just spawn things whenever she wants to. So this must be where the resources come from. Different monsters and creatures, different drops. Stay on your toes! We're close! Ah, I can't wait! Let's take a look around. I'm gonna get back to the floor. I'm gonna go through something that I can't do anything to do. I can't do anything, huh? I'm sorry. Oops. Where are you going? I can't wait, if I haven't. I can't wait. I can't wait. The next one is going to wake me. Oh, oh, oh. Incredible! The Eversource is a chicken? What? Yes, the spawn eggs. It's so simple. Wait, wait, wait. That's the Eversource? So the chicken lays the eggs, and the eggs make monsters, and the loot from the monsters made this place. Well, throw it in the minecart, and let's get out of here. We're still taking it, right? The chicken that the entire city depends on? Are you sure that's a good idea? What are you talking about? What do you need to bring it to the people? With it, we'll finally be free of the founder. But that clucking thing is what we came for. Uh... I've worked... Jeez, Lucas is right. We can't just steal... Yeah. Kidnap chicken nap? We can't just chicken nap the Eversource. It's the only way these people survive. What? I thought that was the whole point of this adventure. I knew it. I knew you were here to steal from me. Pain! She's too fast! Just give me a second to catch my breath. No, no, no. No one's stealing anything. The chicken... The Eversource is staying right here, where it belong. Don't worry. It's just like I told you, founder. They're here to steal the Eversource. Classic Order of the Stone. You don't say... What? No! Don't believe them! You have the wrong idea! Oh, Aiden, will you just shut up already? You just expect me to believe a bunch of criminals. Aiden warned me that you were a pack of thieves. And here you are, prepared to make off with the one thing our city depends on to survive. Boy, when you put it like that, I almost feel bad. Yep, I'm afraid I'm going to be taking the chicken. It's mine now. What? This is outrageous. Aiden, don't do this. Somebody order eggs. I've got to eat it! Save the founder! Oh, you got me, Lucas? Got me. So you're so proud, help me now. Thank you. Thank you. Lucas! I'm still killing you. I'll take it from here. This is all your fault. Thanks to you, we get to see what really happens when you fall off the islands. Well, playing the blame game doesn't exactly do a lot of good right now. What does it matter? It matters, because my entire city is doomed, thanks to you. Hmm, I can't decide whether I want our death to be painless for my sake or excruciating for yours. Land! Impossible. That's impossible. Jesse? There! Can we get to it in time? It's going to be close. Oh, lava. Yoo-hoo! Schon wie incredible. Wie schon gesagt. Woo! Fui, dumm. Flatsch. Ah! 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 Jesse? Holy crap, you're down here too? Lucas, you made it! Ugh. Yeah, only slightly worse for wear. Ah, gotta say, Aiden's tougher than I remember. Oh, yeah, I'm pretty good. I guess Aiden was a little too much for you, huh? I had it under control. I just... Ugh. Didn't expect them to fight so dirty. I was so sure I could take it while you helped the founder. Uh, speaking of whom, is she okay? She's just sort of staring. Uh, let me ask. Founder? Miss Founder? I, uh, hope she's not in shock or something. You, uh, doing okay over there? I just, I, I can't believe it. Huh. This has been down here the whole time. I forbade anyone to look for land below us. It was too dangerous. A, a lost cause. I just don't understand. Why did you never even look or send someone down? Hey, take it easy. She's having a rough enough day as it is. No, no, that's okay. I, I was too cautious. I didn't want to create false hope. And I was so certain that the only thing down here was death. Woo! Look at this place. Totally untouched biomes all around us. Yes, it's all a little overwhelming. What, what do I do now? Well, how about you start with a few deep breaths? So, I don't know. Seeing all this, I'm like, I'm going to have a few deep breaths. Would be overwhelming for anybody. First things first, we're going to go back up there and kick Aiden's butt. Sounds like the start of a winning plan to me. Getting back up? My word, you're right. We need to do that. I hadn't even thought that far ahead yet. Oh Gott, das ist wieder waschverkackt. Oh Gott, das ist wieder waschverkert. Hilf mir, meine Leute zu schützen. Wir haben das Ganze angefangen. Natürlich werde ich dir helfen. Du bist der Bünder. Danke, Jessen. Und bitte, nenne mich Lisa. Okay, wieder zurück. Mal sehen, was wir mit arbeiten müssen. Hm, das funktioniert. Wenn es euch gefallen hat und man sieht es bis zur nächsten Folge, wenn wir hoffentlich wieder oben sind. Bis dann. Ciao, ciao.